herzlich willkommen zu einem weiteren video von linux windows und mac hilfe heute möchte ich dir gerne zeigen unter mageia 4.1 die aktuellste version hier von wie du deine anzeige umstellen kannst und zwar von der bildschirmauflösung und zwar ein bisschen versteckt du klickst hier unten auf den button und gehst dann auf den punkt werkzeuge systemwerkzeugen hast hier den punkt systemeinstellungen und kannst nun hier unter dem punkt anzeige und monitor hast du hier so einen button der ist ziemlich gut versteckt ich persönlich finde es nicht so wirklich toll klickst hier drauf und kannst hier deine gewünschte bildschirmauflösung anzeigen lassen und auch mit wie viel herz das ganze laufen soll wenn du das ganze anwenden möchtest klickst auf anwenden und dann hast du display auflösung eingestellt es kann aber so passieren dass der treiber die irgendwie 800 x 600 ausspuckt aber du hast irgendwie weiß nicht voller hd oder 4k monitor ich hoffe das video dir gefallen vielen dank fürs zuschauen und tschüss